Ihabab Del Rahman ist ein ägyptischer Speerwerfer. 2009 siegte er bei den Spielen der Frankophonie. 2010 folgte einem Sieg bei den Leichtathletik-Afrika-Meisterschaften in Nairobi ein sechster Platz beim Leichtathletik-Kontinental-Cup in Splitt. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 in Degge und den Olympischen Spielen 2012 in London schied er in der Qualifikation aus. 2013 gewann er Silber bei den Mittelmeerspielen in Mersin und wurde siebter bei den WM in Moskau. Am 18. Mai 2014 siegte er beim Shanghai Golden Grand Prix mit dem Afrika-Rekord von 89,21 Meter. Einer Silber-Medaille bei den Afrika-Meisterschaften in Marrakesch folgte ein Sieg beim Continental Cup in Marrakesch. 2015 holte er bei den WM in Peking mit 88,99 Meter Silber hinter Jego und vor Terupit-Kemeki und siegte bei den Afrika-Spielen in Brasaville. Fußnoten IAAF Perkovic produces Aspromist El Zayed Stuntz in Shanghai IAAF Diamond League 18. Mai 2014 IAAF Report Men's Javelin Final IAAF World Championships Beijing 2015 26. August 2015 IAAF IHAB Abdel Rahman El Zayed Olmos Adhofero of Trewing 16. September 2015 2015 IAAF 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 IAAF